Die Befehle sind eindeutig. Lösen Sie das Problem friedlich und unterdrücken Sie diese Unruhe ohne Einsatz unnötiger Gewalt. Anwendung von tödlicher Gewalt ist die letzte, nicht die erste Option. Jegliche zivilen Opfer führen zu ihrer sofortigen Entlassung. Hier sind keine Baubau, Mokoena. Vor allem Sie sollten das wissen. Den Einsatz von tödlicher Gewalt freigegeben. Damit das ganz klar ist, Ladies. Käpt'n an Deck! Männer, zum Überleben brauchen wir Ordnung. Wir müssen die Erg retten. Der Untertitelung des ZDF, 2020